Mein Tagebuch? Super. Da wollte ich aber eigentlich nicht, dass da jemals noch wer anderer drinnen liest. Scheißen. Liebes Tagebuch. Nein, steht nicht drinnen Liebes Tagebuch. Das ist ja voll Mädchen. Habe mich schon drei Tage nicht mehr gewaschen. Neben den Eiern riecht es wie ein Suppenwürfel. Schade, dass man sich mit den Bakterien, die sowas machen, nicht unterhalten kann. Das ist ein Buben-Eintrag. Ja, war nicht immer elementar natürlich. Ah, der ist gut. 14. Februar. Erster Zungenkuss. Ich hoffe, jetzt geht's bergauf. Weil da 13 nicht. Erste Freundin. War super. Ganz neue Erfahrung, Feldforschung. Aber dann immer genau Buch geführt, nachdem wir uns getroffen haben. Da so. ZKB. ZK war Zungenkuss. B war Busengreifen. Dann genau Buch geführt, um ein Verlaufsdiagramm zu erstellen über die sexuelle Entwicklung unserer Beziehung. Ah, da ist sie. Schauen Sie her. Der X-Achse, Y-Achse. Y-Achse sogar skaliert mit ZK. Zungenkuss. B Busengreifen. Ganz oben wäre noch gewesen. GV. Relativ flacher Verlauf. Aber da so der Höhepunkt, der Peak, kann ich mich noch gut erinnern. Da sind wir gesessen, ganz eng umschlungen. Sie hat die Hand auf meinem Oberschenkel gehabt. Innenseite sogar. Also schon noch beide in voller Montur. Aber... Und dann hat sie gesagt, dass er sich schon vorstellen kann, dass sie ihn auch irgendwann einmal in den Mund nimmt, wenn mehr Vertrauen da ist. War sofortiger Samenerguss bei mir. Habe ich auch gesagt, weil ich mir gedacht habe, das schmeichelt ihr. Ja, und es ist dann auch nicht mehr sehr lang gegangen. Erste Liebe halt. Mein Gott, der Lamy. Der Lamy. Mein Hamster. Ein Lamy. Nach Lamy von Motorhead. Wääääh. Come on, Baby. Eat the rich. Der Lamy. War mein erstes und einzigstes Haustier ever. Da war ich sehr traurig. Wie der damals gestorben ist, denke ich sogar heute noch manchmal dran. Beim Sex. Wenn ich versuche, den Orgasmus hinaus zu zögern. Funktioniert super. Ist eine Win-Win-Situation. Ich kann länger und der Lamy lebt in Gedanken weiter. Statt. Ich kann länger und der Lamy lebt in Gedanken weiter. Ich kann Yeah. Nein, mehr oder? Und das wird der Lamy büster. Irrer komplett fluffy. Und das wird der Lamy. Vielen Dank.